Heide Witzka, hier ist euer Tim Tophé und ich sage, wer am 20.05. nicht zum Frühtanz nach Tange kommt, kriegt Inselverbot. Ein für alle Mal habe ich die Nase voll, ihr müsst vorbeikommen, aber ich glaube da ist es ja eh immer frechend voll. Also die letzten Male, wo ich da war, die mega geilste Veranstaltung in Deutschland, total abgedreht. Ich glaube 24, 48, 72 Stunden wird da gefeiert. Von morgens bis nachts, Frühtanz-Tange am 20.05. Wer ist noch dabei? Micky Krause, Easy Glück, Mia Julia und natürlich Tim Tophé. Ich freue mich riesig drauf und lass uns das Ding mal auf links drehen. Schön gestört, aber geil. Abtanzen, abfeiern. Wir sehen uns am 20.05. in Tange.